Ich liebe unsere Hühner. Im Hühnerstall ist jetzt viel Leben und die Eier sind köstlich. Das ist doch super, oder? Jetzt gucken wir doch mal gerade, wie viel... Ah ja, es ist Viertel vor. Wir gehen rein. Wir gehen da runter. Wir müssen uns aber beilen, zack. So, was haben wir denn da? Eine Menge weiße Zeugs. Hat die gekocht? Nein. So, okay. Alles mal erstmal da rein. Ganz wichtig. Und vor allen Dingen, wow. Gut. Dann gehen wir wieder hoch. Guck mal. Wo ist sie jetzt? James and Janet. Wie spät haben wir es? Hm, noch ein bisschen. Okay, es geht schon schnell voran. Jetzt vielleicht. Hallo. Janet? Liebling? Schön, dich zu sehen. Ich habe dich vermisst. Ja, gerade eben da. Das ist alles. Danke. Mhm. Alles mit James. So. Um Punkt 8 Uhr, glaube ich, muss ich zu ihr gehen. Hallo. Na, ja. 59? Komm, 20 Uhr. Hallo, Schnuckelchen. Jetzt aber, komm. 20 Uhr ist es doch. Ah, ich gehe ins Bett. Kommst du mit? Ich gehe ins Bett. Kommst du? Das ist wichtig. Ich bin nur etwas müde und werde bald ins Bett gehen. Äh. Hallo, Süße. Hallo, Liebling. Und jetzt? Komm, jetzt einmal, ha? Komm, jetzt einmal, ha? Ich weiß nicht genau, wann. Hallo, Schnuckelchen. Ich will versuchen es nochmal. Schön, dich zu sehen. Ich habe dich vermisst. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur etwas müde und werde bald ins Bett gehen. So. Ich gehe schnell mal noch jetzt zur Küche. Einfach mal so, um zu gucken. Alles klar. Gehen wir wieder raus. Und hoffen, dass die Frau noch da ist. Sie ist noch da. Mhm. Irgendwie muss das ja gehen. Na? Erstmal das. Ich bin nicht zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Schatz. Danke. Weiter. Liebling? Hallo, Liebling. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Komm, jetzt sag's. Ja, ich liebe es hier. Jetzt. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur etwas müde und werde bald ins Bett gehen. Irgendwie muss das doch klappen oder sind wir noch nicht so weit? Muss ich hier Blumen kaufen? Hm. Wir rennen mal hier eine Runde so da lang. Da ist sie immer noch. Gehen wir durch den Kühlstall. Papp, 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 papp. Und da ist sie immer noch. Wie wäre es, wenn du dich jetzt... Wie haben wir es jetzt? 20 Minuten. Es ist neun, wenn es ins Bett geht. Ich weiß es doch nicht. 20.30 Uhr. Ich glaube, ich esse was. Bin ich jetzt ein bisschen geschickter, ja? Hallo. Schatz. Guten Tag, Schatz. Mhm. Drei. Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Mhm. Ich muss sie dafür überreden. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur ein bisschen müde. Ich bin nur etwas müde und werde bald ins Bett gehen. Sagt sie nicht, wir hören sie mal ein bisschen. So. Können wir es da hinsetzen. Ah, das kann doch mal ausruhen. So, nächster Versuch. 20.30 Uhr. Hallo. Hallo, Liebling. Bisschen ausgerucht. Hallo, Schatz. Na, du siehst heute so hübsch aus. Du siehst heute so hübsch aus. Mhm. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Nett. Und würdest du mit einem netten Mann ins Bett gehen, der dich geheiratet hat? Hallo, Schnuggerchen. Guten Tag, Liebes. Mhm. Liebes. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Kommst du? Ich bin nur etwas müde und werde bald ins Bett gehen. Mhm. Dann. Bis 30. Ist die noch da? noch immer. Wie spät haben wir es jetzt? 38. Können wir eine? 43. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, ne? Wäre mir schon sehr wichtig. Creepy Creep is here. Ja. Ah, der Kaffee 21, sehr schön. Was ist das da? Keine Ahnung. Kurz eine gute Nahrzeuge. Das ist ja jetzt auch wieder nicht. Hallo, Liebling. Guten Tag, Schatz. Ja? Kommst du? Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur etwas müde. Ja. Und wer... Vier. Ich weiß auch nicht, vielleicht geht's auch noch nicht. Vielleicht sind es in 10.000 Euro zu wenig, weil das Spiel ist leider sehr materialistisch ausgelegt. Na? Noch einer? 21.000 Euro. Hallo, Schnuckelchen. So, aber jetzt. Guten Tag, Schatz. Ja, ja. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur etwas müde. Und... Das ist mal ganz im Ernst, ne? Wie lange bleibst denn du jetzt wach? Ich gehe jetzt mal nochmal in die Küche. So, warte. Ich gehe mal da runter. Schnapp mir mal die Zucchini. Äh, nein, nicht eine. Die Hälfte. Die Hälfte der Äpfel. Die Hälfte der Tomaten. Die Hälfte der Pilze. Und... Ne, alle Pilze. Und die Hälfte des Honigs. Gehe dann wieder hoch. So, sie ist wieder in der Küche. Ist sie noch immer da draußen? Ja. Soll ich kochen? Was können wir denn kochen? Ähm... Ei. Brauche ich Eier? Eier habe ich ja auch noch. Mist. Oder hat sie Eier verbraucht? Hallo? Da ist sie. Komm, jetzt aber. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur etwas müde und werde bald ins Bett gehen. Du warst doch unterwegs. Und was machst du jetzt? Wir gehen in die Küche. Und kochen Apfelmus. Gucken wir dann schnell, ob sie noch mal da ist. Na? Ja. Gut. Und dann kochen wir... Zucchini-Suppe. Dann... Töterlinische Tomatensuppe. So, sonst haben wir nix, oder? Alles andere haben wir. Ei, 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 ei. Ah, sie geht wieder? Wo geht sie hin? Ich gucke mal, wo sie hingeht. Na? Sie? Okay. Das ist jetzt echt spannend. Ich weiß nicht, ob es nur das Timing ist. Jawohl. Was ist das? Was tut sie da? Ah, hi. Schatz. Komm jetzt aber. Hallo, Schatz. Es ist halb zehn. Es wird echt Zeit. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur etwas müde. Mhm. Gehen wir noch mal kurz runter. Eier holen. Und Tomaten. Und Milch. Noch offen. Ein bisschen. Gut. Hoch. Wenn sie jetzt im Bett liegt, ne? Ich werde richtig sauer. Wo ist sie? James? Wo ist sie? Wenn sie jetzt im Bett liegt. Alter Schwede. Wenn die jetzt im Bett liegt, bin ich sauer. Nein? Wo ist sie? Schatz, wo bist du? Hallo? Da hinten. Sie ist immer noch da. Gut. Ich koche. Jetzt können wir auch die abgefahrenen Sachen kochen. So, hier, hier. Das da. Milone? Ja, Milone haben wir nicht. Genau. Aber das da. So, erstmal hier. Zack. Neun Stück. Jawohl. Es ist dann doch 10 Uhr. Ich weiß es echt nicht. Oh, hol ich eins. Ne, kann mir machen lieber einen davon. Und einen davon. Erdbeeren bräuchten wir noch, aber egal. So, und letztes Jahr versuch. Ist sie noch da hinten? Ja, wir haben. 21.45 Uhr. Komm, das sollte doch gehen. Du musst ja irgendwann noch schlafen gehen. Du merkst doch, was ich will. Guck mal, wie du da rauskommst. Guten Tag, Liebes. Ich gehe ins Bett. Kommst du? Ich bin nur ein bisschen. Ich bin nur etwas müde. Und werde bald ins Bett gehen. Okay. Wir machen noch schnell die Eier. Und die Milch. Ja, ja. Ähm. Alle. Und? Wir haben 10 Uhr. Das ist genau richtig. Einfach mal so. So, letzten 8 Minuten. Wenn das nicht klappt, dann ist es einfach nicht die Zeit. Ja, sie liebt mich. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Sie bewegt sich. Aber um 10. Ja, komm. Ich hoffe, die ploppt nicht einfach weg. 10 Uhr. Ich warte, bis sie dieses Gräschen gepflegt hat. Und dann. Komm jetzt so. Hallo, Süße. Guten Tag, Liebes. So. Und? Ich gehe ins Bett. 10 Uhr. Kommst du? Ich bin nur etwas müde und werde bald ins Bett gehen. Mhm. Der sieht so ein bisschen nach Zombie aus. Jetzt sind das schwarze Augen. Ja. Da ist sie immer noch. Was soll ich denn machen? Die kann doch nicht erst um 11 Uhr pennen gehen. Ich koche noch ein bisschen. Ja. Ja, Melonen habe ich ja noch nie gefunden, ne? Also, ich gehe definitiv nicht vor ihr schlafen. Das ist ganz klar. Hallo, komm, gib her. So. Letztes. Und der letzte Versuch. Ich will nicht vorher schlafen gehen. Die ist immer noch da. Und macht und macht und macht. Guck mal hier. Das ist so dermaßen. Wo ist denn der? Oh, guck mal hier. Wir haben ein Telefon. Aber kein Telefon gefunden. Aber das ist das Strom. So geht, ja. Dann. Okay.